Die Gegner applaudieren. Das Stadion hat sich erhoben. Auch die Anderlechter Zuschauer applaudieren. Das habe ich in dieser Form lange nicht erlebt. Freistoß Ribéry und der passt sowas von genau. Also da passt kein Wierdeckel mehr raus zwischen Pfosten und Ball. Keine Chance für den Beklagen zu werden. Zitka. Neun Spiele, 27 Tore. Katabatik leicht gemacht. Frage an Sie zu Hause, wie viele Tore schießt der FC Bayern im UEFA-Pokal im Schnitt?